Oder blicken wir in die Eifel, wo kommen die vielen versteinerten Meerestiere im Eifelschiefer eigentlich her? Weil sich die Tiere in Holland einen Rucksack voller Wasser auf den Rücken schnallten und übers Land wanderten, bis sie in der schönen Eifel meinten, ach, hier lassen wir uns versteinern. Achtung, ein Satz in eigener Sache. Unsere Arbeit ist ausschließlich spendenfinanziert. Und wenn Sie unsere Arbeit schätzen und sagen, das muss verbreitet werden, dann helfen Sie uns. Spenden Sie uns. Hier unten gibt es einen Link in der Beschreibung, ganz am Anfang. Und das macht es sehr einfach, unsere Arbeit zu unterstützen. Wir sagen Danke. Grüß Gott. Im Blick auf die Klimakleber hörte ich neulich den Begriff Öko-Taliban. Ein ziemlich harter Begriff, aber was damit gemeint ist, dürfte klar sein. Denn diejenigen, die völlig ohne jede Rücksichtnahme auf andere und deren Verpflichtungen absolut intolerant alles behindern, sind nun wahrlich keine Demokraten. Dabei dürfte uns aber klar sein, dass wir eine Verantwortung für das haben, was wir mit dem Klima machen, wo wir es beeinflussen und auch unverantwortlich handeln. Aber bei aller Klimahysterie, ist der Klimawandel wirklich menschengemacht? Das wird uns ja immer wieder erzählt. Und warum haben wir vergessen oder verdrängen es, beziehungsweise lassen es uns verdrängen, dass sich die Erde alle 500 Jahre erwärmt hat und wieder kühler wurde? Man wird doch nochmal fragen dürfen, oder? Man wird doch nochmal fragen dürfen, warum Grönland, das wegen seines grünen Zustands vor einem Jahrtausend seinen Namen trägt, damals so grün war, oder? Sind damals die Wikinger etwa mit Dieselbooten auf Entdeckungstour gegangen? Oder fuhren damals so viele Dieselautos auf der Insel? Man könnte das meinen, wenn man heute so die eine oder andere Diskussion hört. Oder blicken wir in die Eifel, wo kommen die vielen versteinerten Meerestiere im Eifelschiefer eigentlich her? Weil sich die Tiere in Holland einen Rucksack voller Wasser auf den Rücken schnallten und übers Land wanderten, bis sie in der schönen Eifel meinten, ach, hier lassen wir uns versteinern. Oder, Achtung, fiese Frage, gab es damals hier etwa Meer? Wir hören ja immer, wie gefährlich CO2 sein soll. Und wir Deutschen meinen ja, wir könnten die ganze Welt retten. Die Klimakleber folgen da einem Narrativ völlig kritik- und denkfrei. Ein paar Fakten an dieser Stelle. Ich weiß, jetzt mache ich mich unbeliebt. In der Luft sind 0,038% CO2. Und davon produziert die Natur 96%. Menschen gemacht sind also nur 4% von 0,038% oder genauer ganze 0,00152%. Und davon hat Deutschland 3,1%. Also konkret, nur damit wir es mal hören, 0,00004712%. So, aber damit jetzt keiner aufschreit, auch ich meine, wir haben Verantwortung für das, was wir tun oder unterlassen. Auch im Blick auf das Klima. Aber alles mit Maß und Verstand und ohne Ideologie, die sich verführerisch tarnend über die Fakten klebt. Immer mehr fragen sich zurecht, warum man Fakten nicht mehr nennen darf. Warum Politiker gehorsamst assistiert von den sogenannten Staatsmedien so viele Fake News verbreiten. Warum man zum Beispiel nicht mehr nachfragen darf, ob und das E-Autos mit ihren so unsäglich klima- und menschenunfreundlich hergestellten Batterien einen enormen Schaden anrichten. Warum wird eigentlich verschwiegen, dass schon bei der Produktion die CO2-Bilanz bei E-Autos, bei den Batterien, so negativ ist, dass man mit einem Dieselauto noch 160.000 Kilometer fahren muss, um annähernd an diesen Wert zu kommen. Nicht nur ich wünsche mir viel weniger Ideologie, Trickserei, viel weniger Lügen und viel weniger Verblendung. Aber viel mehr echte Aufklärung. Intensive Forschung nach echten Alternativen und vor allem wirkliche Verantwortung für das Leben heute und morgen. Keinen Kleberhass, aber viel Respekt. Gemeinsam, miteinander und füreinander. Dem Leben zur Liebe. Ihr Martin Lohmann Immer aktuell und immer auf den Punkt. Lohmann.genau Hier finden Sie weitere Videos. Lohmann.genau Und wenn Sie hier oben klicken, finden Sie Videos Lohmann direkt, wo ich im Gespräch bin mit interessanten Persönlichkeiten, die viel Wichtiges und Gutes zu sagen haben. Ich danke fürs Liken, fürs Abonnieren dieses Kanals, für Kommentare und freue mich aufs Wiedersehen. Vielen Dank. Danke.